Wenn du vor einer verschlossenen Tür stehst und nicht anklopfst oder klingelst, dann wird dir niemand aufmachen. Herzlich willkommen, ich bin Don John, professioneller Flirtrainer und Datingcoach. Und in diesem Video sprechen wir konkret darüber, warum die meisten Männer sich zu viele Chancen durch die Lappen gehen lassen und eigentlich mit viel mehr Frauen Sex haben könnten, viel mehr Dates wahrnehmen könnten, wenn sie einfach nur ihre Perspektive ändern. Das heißt konkret, du bist aufgewachsen in dem Glauben, hey, du als Mann, du musst den ersten Schritt machen, du musst der Frau den Hof machen, um sie zu erobern, um sie zu bekommen. Aber du hast gemerkt, ganz so ist es auch nicht, denn im Endeffekt ist es die Frau, die den ersten Schritt macht, indem sie dir einladende Blicke zuwirft, indem sie sich durch die Haare streicht, indem sie dich anlächelt oder vielleicht die Freundin beauftragt, dass sie dir die Nummer geben soll mit der Bitte, dass du sie anrufst etc. Kann alles sein. Und du als Mann bist dann etwas faul geworden, etwas bequem, weil du denkst, hey, so läuft wahrscheinlich das Spiel. Die Frau muss mir erst Signale senden, damit ich mit ihr in Kontakt treten kann. Aber ganz so ist es nun auch nicht, denn stell dir vor, du könntest jederzeit, wann immer du möchtest, Frauen ansprechen. Denn wenn du jetzt nur auf die Signale der Frauen wartest, dann wirst du nicht oft von Frauen angelächelt oder Blicke bekommen etc. Wenn du durch die Straßen läufst oder im Park bist oder im Club oder in einer Bar, dann würdest du dir als Mann doch wünschen, dass du permanent von allen Frauen Bestätigung, Aufmerksamkeit, Bewunderung bekommst. Und leider sieht die Realität anders aus. Das heißt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst dich damit zufrieden geben, dass immer mal wieder vielleicht eine Frau dich anlächelt und du dir vielleicht gar nicht so hundertprozentig sicher bist, war das jetzt schon ein einladender Blick. Darf ich sie jetzt ansprechen oder nicht? Oder ob du aktiv dein Schicksal in die Hand nimmst und selbst Nägel mit Köpfen machst. Denn es gibt viel mehr Frauen, die mit dir Sex haben würden oder dich daten wollen würden, wenn du nur in ihr Sichtfeld gelangst. Das nennt man Marketing. Stell dir vor, jetzt du bist zu Hause und jemand steht vor deiner Tür, will dir verkünden, dass du den Lotto-Gewinn, den Hauptgewinn gewonnen hast, aber der klopft nicht an die Tür und der klingelt auch nicht. Oder noch schlimmer, die Klingel ist kaputt und du nimmst es gar nicht wahr. Wobei du dich ja eigentlich, wenn du nur die Tür aufmachen würdest, weil du wüsstest, da steht jemand, der dir verkünden möchte, dass du den Haupt-Lotto-Gewinn gewonnen hast, dich darüber sehr freuen würdest. Aber da du das nicht wahrnimmst, kannst du diese Chance auch nicht wahrnehmen. Und so geht es eben auch vielen Frauen, weil die Frauen zum Beispiel im simplen Beispiel komplett in die andere Richtung gucken als du und dich gar nicht sehen. Oder du sitzt mit denen im Bus oder in der U-Bahn, aber die guckt verträumt irgendwie aus dem Fenster oder auf ihr Handy und registriert dich auch nicht so richtig oder nimmt dich nur so halb wahr. Wenn du als Mann hier jetzt nicht den Schritt machst und dich als Produkt präsentierst, denn wir dürfen nicht vergessen, du bist immer das Produkt, was du vermarktest, dann besteht gar nicht die Chance, dass die Frau dich kennenlernen, weil sie dich gar nicht wahrnimmt. Deswegen frag dich immer, willst du das so akzeptieren, wie es ist? Bekommst du hier und da mal alle paar Jahre einen guten Blick zugeworfen und sprichst eine Frau an oder kriegst mal eine Nummer von einer Freundin? Oder willst du aktiv jeden Tag aufs Neue dein Schicksal in die Hand nehmen, anstatt zu warten, was gerade so für Äpfel vom Baum fallen? Denn wer bereit ist, die goldenen Äpfel zu bekommen, der weiß, dass er die Schläge auch einstecken muss dazu. Du wirst nicht das Beste vom Besten bekommen, nur weil du jetzt einfach da bist, sondern du musst es dir proaktiv erjagen, sag ich mal. Und das ist eben der Unterschied zwischen proaktiven Männern und passiven Männern, die so ein Spiel bei Fremdheit Kräfte sind und alles dem Zufall überlassen. Denn proaktive Männer, ich sag dazu Wölfe, die haben verstanden, dass sie ihr Schicksal schmieden können, dass nicht alles wie so ein Film an ihnen vorbeiläuft, sondern die aktiv in die Handlung eingreifen können und sie zu ihrem Vorteil verändern. Und das machen die allerwenigsten, weil auch die meisten Männer einfach sicher spielen. Die merken, hey, wenn die Frau mir jetzt einen Blick zuwirft oder die Freundin sagt, ich soll sie ansprechen, dann habe ich ja so gut wie gewonnen. Dann spielen sie sicher. Die wollen sich nicht die Blöße geben, vielleicht einen Korb zu bekommen oder dass die Frau sie schief anschaut, weil sie sie angesprochen haben. Und das ist einfach nur schwach. Erkenne, du als Mann musst bereit sein, die Frau anzusprechen. Und natürlich, wenn du jetzt Frauen ansprichst, die dich gar nicht wahrgenommen haben, werden auch Frauen dabei sein, die mit dir nichts zu tun haben wollen. Aber du wirst viel mehr Frauen insgesamt daten können, insgesamt mit denen Sex haben können, wenn du sie ansprichst, denn die werden sich freuen und die werden auch merken, wow, was ist das für ein Mann, das ist mir ja ewig lang nicht mehr passiert, dass ich angesprochen wurde, einfach aus dem Nichts heraus. Du sprengst quasi auch deren Realität und die werden dich bewundern. Die werden dich bewundern und respektieren, selbst wenn sie gerade vergeben sind glücklich oder jetzt einfach nicht mit dir Zeit verbringen möchten, werden die denken, das ist ein Mann, den respektiere ich, denn der hat vielen anderen Männern was voraus. Und dein eigener Selbstwert steigt, weil du merkst, hey, ich bin ja gar nicht so ein Loser, ich habe hier viel mehr Chancen, aber ich habe diese Chancen einfach nicht wahrgenommen. Ich habe einfach nur auf die Blicke gewartet von den Frauen, aber wenn ich einfach nur proaktiv auf die zugehen würde, dann hätte ich viel mehr Chancen. Denk einfach immer daran, dass du erstmal dich vermarkten musst, dass du dein Marketing ändern musst, dass du deine Perspektive ändern musst, dass du ins Sichtfeld von den Frauen gelangen musst, indem du sie anstupst bzw. an die Tür anklopfst und sagst, hey, hier bin ich. Und dann bekommst du auch viel mehr Frauen. Vergiss auch nicht, dass du das Produkt bist, das du vermarktest, aber das allerbeste Produkt, wenn du jetzt, sagen wir mal, dich persönlich sehr gut entwickelt hast, dass du sehr selbstbewusst geworden bist, weißt, wie viel du wert bist, einen hohen Selbstwert hast, gut reden kannst, gute soziale Skills hast, gut führen kannst. Wenn du das alles hast und dann noch deinen Style herausgearbeitet hast, sportlich bist, aber keine Frauen ansprichst, also dich nicht vermarktest, bringt dich das auch nicht weiter. Wir hatten auch schon in den Coachings hauptberufliche Model, die top gestylt waren, gut aussehen, auch eloquent sind, gut reden können, aber sich nicht getraut haben, Frauen anzusprechen, also sich nicht vermarkten. Das bringt auch nichts. Die Kombination ist einfach, das sprengt einfach alles. Du hast das beste Marketing und du hast das beste Produkt. Und selbst wenn du jetzt noch nicht das beste Produkt hast oder nicht, wie ein Topmodel aussiehst, du kannst immer an dir arbeiten, dich persönlich weiterentwickeln, selbstbewusster werden, lockerer werden. Und das funktioniert am besten, indem du dich deinen Ängsten stellst. Das heißt, je mehr du Frauen ansprichst, desto selbstbewusster wirst du, desto sicherer wirst du, desto lockerer wirst du, desto sozial kompetenter wirst du auch. Und infolgedessen, durch das Marketing steigt auch der Wert deines Produktes. Wenn wir jetzt mal das mit einem Style außen vor lassen, Style musst du dich halt selber darum kümmern, dass du dich immer schön pflegst, schön ordentlich bist, aber das ist selbstverständlich. Und was ich dir auch sagen möchte ist, wenn du die Frauen nicht ansprichst, wird das jemand anders tun. Es gibt genügend Beispiele von Männern, die schon gelernt haben, proaktiv ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, ihr Schicksal nach ihren Vorteilen zu schmieden. Und diejenigen Männer, die sprechen schon die Frauen an. Und die Frau, die du jetzt nicht ansprichst, die wird 100% am Ende des Tages mit irgendjemandem im Bett landen, der vielleicht nicht mal so gut aussieht oder nicht so clever oder so smart ist wie du, aber der einfach mehr Mut hat, der einfach das bessere Marketing hat und deswegen die Frauen bekommt. Die Frau hätte vielleicht auch zu dir gesagt, hm, der Typ, der sieht süß aus, das ist eigentlich mein Typ, der hat eine tolle Ausstrahlung, aber der traut sich nicht, der spricht mich nicht an. Und da kommt ein anderer Typ, der frecher ist als du, der vielleicht nur halb so schlau ist wie du, auch nicht so gut aussieht, aber der macht es. Und die Frau sagt, hm, eigentlich hätte ich ja den gewollt, aber der tut nichts. Dann gehe ich lieber zu dem, der jetzt nicht so gut aussieht, aber der mich einfach anspricht und das tut. Das darfst du auch nicht vergessen. Es gibt lebende Beispiele, schau mich an, schau mich an, wie ich früher war, schau mich an, wie ich mich entwickelt habe. Das ist Beweis genug. Und schau dir die anderen Männer an, die das auch tun. Und frag dich auch immer, was ist die Alternative? Ganz ehrlich, wenn du willst wirklich immer darauf warten, dass das Schicksal dir mal wieder eine neue Frau zuwirft, so wie es mir damals ergangen ist. Früher hatte ich ja auch schon ein paar Frauen, und so ist es ja nicht, bevor ich mit Pick-up angefangen habe. Aber das waren erstens nicht so viele Frauen, zweitens nicht so schöne Frauen und drittens war man so ein großer Zeitabstand von der einen Frau zur anderen Frau. Es hat teilweise Jahre gedauert, bis ich die nächste Frau kennengelernt habe. Warum? Weil ich einfach nicht aktiv rausgegangen bin, regelmäßig in die Einkaufspassage oder auch in die Clubs nicht gegangen bin und dort Frauen angesprochen habe. Und deswegen bin ich mehr oder weniger einmal leer ausgegangen und habe geschaut, wer mehr oder weniger sich mir schon offen präsentiert über Freundinnen etc. Und dann hast du endlich mal wieder eine Freundin, die vielleicht auch nicht mal hundertprozentig dir gefällt, aber du denkst, hey, hoffentlich klappt das mit der und ich will ja gar nicht meckern, denn einem Geschenkengau schaut man nicht ins Maul. Und dann gehst du mit der Frau vielleicht in eine Beziehung ein, bist froh, dass du überhaupt wieder Sex haben kannst. Aber frag dich wirklich, ist das das Leben, was du willst? Es gibt immer Wölfe und es gibt Schafe. Die Wölfe haben verstanden, dass du proaktiv dein Leben in die Hand nimmst und das Beste daraus machen kannst. Und die Schafe denken, oh, sie sind Opfer ihrer Umstände und es tut sich nichts. Erkenne, wenn du nichts tust, dann tut sich nichts. Wenn du Unterstützung dabei brauchst bei der Umsetzung, weil du merkst, hey, jetzt habe ich so viele Videos schon geschaut, aber ich schaffe es trotzdem, mich nicht zu überwinden. Ich muss was tun, ich muss eine Entscheidung treffen. Es kann nicht so weitergehen, dann ist jetzt deine Möglichkeit, dich für die kostenlose Beratungssession zu bewerben. Entweder unter dem Video, in der Videolinkbeschreibung oder oben links bei dem i, da kannst du dich bewerben. Dann werden wir uns deine Bewerbung durcharbeiten und innerhalb von sieben Tagen bei dir melden und dir Schritt für Schritt aufzeigen, wie auch du in die Praxis kommst, wie auch du anfängst, Frauen anzusprechen, zu daten, lockerer wirst, an dir arbeitest und endlich ein erfülltes Datingleben hast. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.